Ja, liebe Bocholtinnen und Bocholter, wir sind heute hier mit Hendrik Wüst, Abgeordneter für Rede, Bocholt und Isselburg, aber auch eben Verkehrsminister von NRW. Herzlich willkommen Hendrik. Wir haben heute hier über das Mobilitätskonzept gesprochen, ist dir auch vorgestellt. Wie stehst du zum Mobilitätskonzept in Bocholt? Ja, es ist gut, dass es das gibt. Man muss Mobilität der Zukunft konzeptionell angehen und nicht in Einzelmaßnahmen sich verheddern. Weiter machen die Hausarbeiten. Es gibt jede Menge Fördertöpfe des Landes, womit wir gute Projekte über alle Verkehrsträger, ÖPNV, Auto, Fahrrad unterstützen. Also konzeptionell arbeiten ist immer richtig. Das heißt auch, das ist ja beim Thema Nordring auch sehr umstritten, der soll ja etwa 17 Millionen Euro kosten. Wenn die Stadt Bocholt hier konsequent weiter plant, darf sie auch auf Förderung hoffen? Wir unterstützen solche Maßnahmen, die den Verkehr aus der Innenstadt rausbringen, die ja unter vielen Gesichtspunkten Sinn machen. Ich kenne ja die Debatte schon lange, Erschließung Krankenhaus, Erschließung neue Baugebiete, Entlastung der Innenstadt. Solche Projekte unterstützen wir mit 70 Prozent der förderfähigen Bausumme, weil man damit so eine Stadt wie Bocholt auch nicht alleine lassen kann. Und solange wie ich Verkehrsminister bin, sind solche Gelder da. Deswegen sage ich, planen, bauen, fertig machen. Ja, super. Vielleicht zum Abschluss. Was wünschst du Bocholt zur Kommunalwahl? Bürgermeister, der was von seinem Handwerk versteht. Ich würde den jungen Mann wählen, aber ich wähle natürlich in Rede Jürgen Bärnsmann. Alles klar. Dankeschön. Gerne.